Moin, ich möchte euch heute mal wieder mitnehmen in eine meiner aktuellsten Photoshop-Dateien, zumindest Stand April 2019, je nachdem wann ihr dieses Video schaut. Und ich werde euch hier gleich alle Ebenen zeigen. Ich kann natürlich jetzt das Bild nicht bis ins kleinste Detail hier erklären, aber ich werde ein paar Tipps geben und ich werde, wie gesagt, alle Ebenen einmal zeigen und einblenden. Bevor ich das mache, möchte ich aber noch ein paar Worte über das Bild verlieren und erzählen, warum ich das eigentlich gemacht habe und was mich dazu inspiriert hat. Das Bild habe ich für einen Contest gemacht, also einen Kreativ-Contest, den Adobe zusammen mit Billie Eilish, das ist eine sehr bekannte Sängerin, auf die Beine gestellt hat und ich zeige euch am besten direkt mal die passende Website dazu. Ich werde euch die Website auch in der Beschreibung verlinken, sofern es denn hier auf dieser Plattform, wo ich das poste, eine Beschreibungsmöglichkeit gibt. Ansonsten seht ihr hier oben die Adresse, könnt ihr euch im Notfall abschreiben oder ihr sucht einfach Billie X Adobe einmal kurz bei Google, dann werdet ihr das mit Sicherheit finden. Also das hier ist Billie Eilish und die hat aktuell ein neues Album draußen, das da heißt When We Fall Asleep, Where Do We Go? Und passend dazu heißt der Contest When We All Fall Asleep und dabei geht es darum, ein Artwork zu erstellen zum Thema Schlafen, zum Thema Träumen. Und Billie Eilish hat einige ihrer eigenen Skizzen bereitgestellt, die man verwenden kann. Eine muss man sogar verwenden. Ich zeige euch das direkt mal. So sehen die aus, also es sind ein paar abstrakte Dinge dabei, aber auch so etwas relativ Klares wie so ein Monster aus einem Albtraum vielleicht oder hier so ein Gang, der mich übrigens zum Beispiel inspiriert hat, mein Bild in dieses Flursetting zu verlegen. Ich zeige es noch einmal. Mein Bild dreht sich ja um das Thema Fallen und das ist ja ein Thema, was viele Leute betrifft beim Schlafen. Das verspüren ja viele Leute, ich tatsächlich auch ab und zu und dann wache ich ganz plötzlich auf. Dieser Flur von Billie Eilish hat mich eben dazu inspiriert, das Ganze in so ein Flursetting zu verlegen, also die Person nicht von oben herabfallen zu lassen, sondern eben aus so einer Tür heraus. Ja, so ist bei mir so ein bisschen die Idee zustande gekommen. Das hier gibt es auch noch, so eine Art Spinnennetz. Diese drei Bilder, die ich jetzt gezeigt habe, die müsst ihr aber nicht verwenden, könnt ihr aber auf freiwilliger Basis natürlich tun. Das Einzige, was wirklich eingebaut werden muss, das ist dieses hier, also so ein abstraktes Muster. Und ich zeige euch natürlich gleich auch, wie ich das eingebaut habe. Und ja, zum Contest gibt es noch zu sagen, dass ihr eben vollkommen frei seid, bis auf die Dinge, die ich gerade genannt habe. Also ihr müsst dieses Bild hier einbauen, ansonsten könnt ihr euch völlig frei überlegen, was in euren Träumen passiert oder was ihr euch vorstellt, was in anderer Leute Träume passiert. Wenn ihr dann ein Bild gemacht habt, das ihr mit Programmen der Creative Cloud erstellt habt, also es muss nicht unbedingt Photoshop sein, in meinem Fall war es das. Natürlich, weil Photoshop absolut immer das Werkzeug meiner Wahl ist. Aber das müsst ihr nicht machen. Ihr könnt auch ein Video machen oder ihr könnt eine Illustration machen. Und wenn ihr das fertig habt, müsstet ihr das Ganze bei Twitter oder Instagram einmal posten mit diesen beiden Hashtags, die ihr hier seht, also BillyXAdobe und Contest dazu. Und ihr müsstet einmal Adobe Students verlinken. Hier seht ihr dann nochmal, was man gewinnen kann. Hier unten kann man sich diese Daten, von denen ich gesprochen habe, herunterladen. Aber wenn man dann noch weiter runter geht, kann man hier schon ein bisschen sehen, was andere Leute eingereicht haben, vielleicht sich ein bisschen inspirieren lassen. Ja, ich würde sagen, ich gehe mal zurück zum Bild. Übrigens bis zum 26.04., ich weiß nicht genau, ob ich es schon gesagt habe, könnt ihr noch einreichen. Also 26.04.2019. Falls ihr das Video später schaut als das, dann könnt ihr es nicht mehr einreichen. So, dann zu meinem Bild. Also, ich fange einfach mal direkt von vorne an und werde hier diese oberste Ebene einfach mal ausblenden. Und da haben wir den Flur, in dem das Ganze stattgefunden hat. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist der Flur gespiegelt worden. Dazu dann später mehr. Ich scrolle hier erstmal ganz runter und werde jetzt einfach mal anfangen, die ganzen Ebenen einzubauen. Ja, erstmal zum Flur. Den Flur habe ich fotografiert vor einigen Tagen. Und das ist der Flur von guten Freunden von uns. Und unser eigener Flur ist leider so ein bisschen geknickt in der Mitte und da ließe sich nicht so gut so ein Foto machen. Aber Freunde von uns haben eine sehr, sehr schicke Wohnung und dort ließe sich eben dieses Foto sehr schön machen. Falls ihr euch übrigens für Einrichtungen und schicke Wohnungen interessiert, könnt ihr mal bei Home of Two Creatives vorbeischauen. Werde ich auch nochmal verlinken in der Beschreibung, wenn möglich. Ja, da findet ihr auf jeden Fall schicke Bilder und schöne Inspirationen für Einrichtungen und so weiter. So, ja, das ist das Bild, wie gesagt. Und ich werde jetzt einfach mal loslegen und hier anfangen, die Sachen einzublenden. Hier bei der ersten Ebene, die ich eingeblendet habe, sieht man direkt hier, es ist dunkler geworden. Dafür muss ich einmal hier in das Smart-Objekt reingehen, um euch das genauer zu zeigen, was ich da gemacht habe und warum ich das gemacht habe. Ich hatte ja vor, hier die Person hereinfallen zu lassen. Und dafür müsste diese Person natürlich einen Schatten werfen auf diese Wand hier, also auf diese Art Säule, die hier sozusagen in den Raum hineingeht. Wenn ich hier jetzt mal diese beiden Gruppen oder diese Gruppe und diese Ebene ausblende, dann sieht man, wie das Original hier aussah. Wir haben hier links diese Strukturtapete drauf und rechts haben wir sie eigentlich hier auch auf der Vorderseite dieser Säule. Aber diese Struktur ist eigentlich kaum noch zu sehen, da das Bild einfach überbelichtet war. Zumindest war es an dieser Stelle überbelichtet. Und deswegen habe ich hier jeweils immer diese Struktur herausgenommen und die dann hier drüber gelegt. Also wenn ich das jetzt hier wieder einblende und einfach mal die Ebenen hier nochmal einzeln zeige, dann seht ihr, das sind alles hier kleine Stückchen von dieser Struktur. Die habe ich ausgeschnitten und dann hier so ein bisschen verzerrt auf die Seite gelegt, um hier wieder die Struktur zu bekommen und das dann im Endeffekt besser abdunkeln zu können mit einem Schatten, der dann durch die Person da drauf fällt. Dann habe ich es noch ein bisschen eingefärbt und das Ganze eben dann hier übertragen. Also alles, was ihr gerade gesehen habt, steckt eben in dieser Hintergrundebene drin. Dann habe ich noch die Helligkeiten und Farben mit einer Frequenztrennung ein wenig ausgeglichen, sodass wir hier eine relativ gleichmäßige Struktur haben. So und dann habe ich das Bild sozusagen vorbereitet und war bereit, die Person einzubringen. Und ich zeige euch das hier natürlich auch. Hier ist die Person und da ist sie schon freigestellt, aber wir gucken uns die natürlich auch nochmal in der Originalvariante an. So sah das aus. Es war ganz praktisch, gerade denn für das Foto habe ich unser Sofa in mein Studio gestellt, beziehungsweise es stand schon dort, weil wir gerade ein neues Sofa bekommen haben. Und so hatte ich eine gute Möglichkeit, diese Sprungfotos mit meiner Frau zu machen und ich habe dann eben einfach ein paar Decken oben auf das Sofa gelegt und sie immer rückwärts darauf springen lassen. Und ja, bei diesem Bild hat mir die Pose besonders gut gefallen, auch die Position der Haare, sodass es wirklich aussieht, als würde sie mit einem Ruck aus dem Raum herausgezogen werden oder herausgedrückt werden, herausstürzen, wie auch immer man es nennen möchte. Deswegen habe ich mich für dieses Bild hier entschieden. So sieht das Ganze dann freigestellt aus. Ich habe das mit dem Fahrtwerkzeug gemacht und hier oben eben noch im Dialog mit einem Rechtsklick, kommt ihr da übrigens hin, auswählen und maskieren. Also Rechtsklick auf die Maske und dann mit dem, ich glaube Radius verbessern Werkzeug heißt es, habe ich hier oben noch die Haare etwas feiner freistellen können. Dann ging es daran, die Person hier noch etwas besser in den Raum zu integrieren. Also ich habe hier ein bisschen die Kanten verbessert. Wie ihr seht, hier oben an den Haaren habe ich einfach drüber gemalt, dass es hier zum Beispiel eine Ebene im Modus multiplizieren. Also die dunkelt alles ein bisschen ab, denn wir haben ja hier oben in den Haaren noch so ein bisschen Rückstände vom Hintergrund. Ich hatte ja meine Frau hier vor einem weißen Hintergrund fotografiert und um die loszuwerden, habe ich hier einfach mit einem Pinsel auf eine Ebene im Modus multiplizieren ein bisschen drüber gemalt. Und dann ging es noch darum, die Farben hier ein bisschen anzupassen. Da habe ich eben verschiedene Einstellungsebenen verwendet, Farbton-Sättigung, selektive Farbkorrektur. Die finde ich übrigens immer extrem praktisch, da man eben hier die Möglichkeit hat, in den Farben zum Beispiel auch die Schwarztöne zu färben. Denn es ist sehr wichtig, dass sowohl die Lichter als auch die Tiefen natürlich und auch die Mitteltöne ähnlich gefärbt sind im Bild. Also wenn die Schatten im Hintergrundbild, also hier in dem Bild vom Flur, die kann man ja hier so ein bisschen sehen zum Beispiel in der Tür, wenn die eben einen rötlichen Ton haben und das haben sie hier oder einen Orangeton, man kann das natürlich auch überprüfen mit einer Pipette. Einfach mal draufklicken und dann geht man mal in den Farbwähler und schaut sich das an. Und wir sind hier im orangen Bereich, wie man sehen kann, relativ dunkel, aber noch im orangen Bereich. Dann sollten natürlich auch die Schatten der Person so ein bisschen in den orangen Bereich gehen. Das kann man eben mit der selektiven Farbkorrektur sehr schön machen. Und da habe ich das dann eingestellt. Dann geht es weiter mit einer Tonwertkorrektur. Da habe ich eben noch ein bisschen Licht auf die Person gebracht, denn sie war oben etwas stärker vom Blitz beeinflusst worden als eben unten. Dann habe ich hier unten noch ein bisschen Licht angefügt, also im Prinzip einfach die Lichter noch ein bisschen verstärkt über die Tonwertkorrektur. Dann noch ein paar partielle Farbkorrekturen. Hier auf dieser Ebene im Modus Farbe habe ich hier oben noch ein bisschen über die Bluse gemalt. Wie ihr sehen könnt, war hier noch so ein bisschen blau drin. Das hat mich gestört, denn das Licht, was hier aus dem Raum kommt, ist ja sehr, sehr orange. Und ich habe natürlich darauf geachtet, dass die Bilder gut zusammenpassen. Ich habe auf die Brennweiten geachtet der beiden Bilder. Die sind ungefähr gleich, also beide ungefähr bei 52 mm, glaube ich. Und ich habe natürlich auch auf die Lichtrichtung und auf die Lichtart geachtet. Also wir haben hier relativ weiches Licht, was aus dem Raum kommt und weiches Licht, was ich hier durch diese Striplight Softbox verwendet habe während des Shootings. Und dadurch passen natürlich die Lichtarten und auch die Lichtrichtung sehr gut zusammen. Und dadurch ist es dann auch wirklich sehr, sehr einfach, ein Compositing zu erstellen. Also eine Fotomontage, wenn man schon einige Dinge beachtet, wie eben Brennweite, Licht und natürlich auch die Perspektive. Also die Person sollte ungefähr aus der gleichen Höhe fotografiert sein und am optimalsten Fall auch aus der gleichen Entfernung wie jetzt der Flur. Also sie hat hier ungefähr die gleiche Entfernung zur Kamera, wie sie in meinem Studio hatte. Und wenn das alles zusammenpasst, dann ist es wirklich gar nicht so schwer, ein schickes Compositing zu machen. So, dann haben wir noch hier ein bisschen Dodge and Burn. Da habe ich wirklich nicht viel gemacht auf einer Ebene im Modus weiches Licht. Und hier haben wir noch eine Maske auf der ganzen Gruppe. Damit habe ich hier die Füße so ein bisschen abgeschnitten, damit sie hinter der Tür verschwinden. Das passt hier nicht ganz, denn ich habe hier noch diese Ebene jetzt einmal zusammengefügt. Also alle Ebenen, die hier zur Person gehören, die hatte ich einmal zusammengefügt in dieses Smart-Objekt hier. Und dann habe ich die Frau noch etwas gedreht. Und hier jetzt passt es auch mit der Maske von der Gruppe, sodass es wirklich so aussieht, als würde sie hier rausfallen. Das verbindet die Bilder natürlich noch etwas besser, wenn sich die beiden Bilder so ein bisschen überlappen. Hier auf dieser Ebene habe ich scheinbar nichts gemacht, zumindest nichts, was ich gerade sehen kann. Hier habe ich noch ein bisschen Licht oben an die Haare gebracht, wieder mit der Tonwertkorrektur die Lichter nach oben gezogen. Und dann sind wir jetzt auch bereit, mal den Schatten einzusetzen, würde ich sagen. Hier habe ich eine Gruppe Schatten. Das hier ist der Schatten für die Person. Also den habe ich selbst gezeichnet. Ich konnte ihn leider aus dem Originalbild nicht übernehmen, weil da eben das Sofa stand und der Schatten dann über das Sofa gelaufen ist. Das hätte nicht zusammengepasst. Deswegen musste ich ihn mehr oder weniger mir neu ausdenken. Und ich habe das jetzt so gemacht. Der ist wahrscheinlich nicht komplett realistisch, also er würde sicherlich anders aussehen in Wirklichkeit. Aber die meisten Leute wissen nicht genau, wie Schatten auszusehen haben. Und deswegen würde ich sagen, fällt es auf den ersten Blick auch nicht so auf, dass es jetzt kein hundertprozentig realistischer Schatten ist. So, ich gehe mal hier ein bisschen näher ran. Ich hatte hier noch so ein paar kleine Kanten, so helle Stellen, die ich nicht ganz wegbekommen habe. Aber da habe ich einfach mit dem Pinsel nochmal drüber gemalt. Also einfach mit einem normalen Pinsel, mit einer etwas dunkleren Farbe, die ich dann hier mit der Pipette in der Nähe aufgenommen habe. Und dann habe ich da einfach nochmal ein bisschen drüber gepinselt. Also sowohl hier sieht man das an der Kante als auch hier. Ich habe das immer ganz gern, dass das relativ sauber alles aussieht. Und jetzt haben wir hier wirklich einen schönen Schatten. Wir haben hier die Struktur zu sehen von der Tapete. Dann gefiel mir das ganz gut. So, jetzt sieht das Bild eigentlich schon ziemlich gut aus, finde ich. Es ist schon eine ganz nette Montage, aber da fehlt natürlich noch so ein bisschen Dynamik drin. Also so konnte ich das natürlich nicht lassen. Und deswegen habe ich angefangen, mehrere Objekte noch einzubauen, die um die Person herumfliegen. Und ich habe erst mal angefangen, Scherben einzubauen. Hier haben wir Scherben, das ist eine Ebene und dann haben wir noch eine Ebene Scherben. Und ich finde, das allein bringt schon richtig viel. Vielleicht ist die Person durch eine Glastür, die sich noch vor der Tür im nicht sichtbaren Bereich befindet, gefallen. Oder vielleicht durchs Fenster direkt durch den ganzen Raum geflogen, wer weiß. Das ist ja alles Interpretationssache. Jedenfalls fand ich es ganz cool mit den Scherben. Und die Scherben habe ich übrigens einfach mit einer Pinselspitze gemacht. Wenn ihr euch dafür interessiert, müsstet ihr einfach mal nach Glass Brushes oder Shattered Glass Brushes bei Google suchen. Da findet ihr mit Sicherheit was. Es kann auch sein, dass dieser Pinsel hier kostenpflichtig war. Das weiß ich gerade nicht mehr, wo der her ist. Aber Scherben findet man mit Sicherheit sehr einfach. So, dann geht es weiter. Hier habe ich eine Textur verwendet. Das ist eine Staubtextur. Die habe ich nochmal hier so an den Rand gebracht, direkt an die Türkante. Das ist eine Textur von Raw Exchange, wie ihr hier sehen könnt. Auch eine nette Seite, wenn ihr Texturen braucht. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Von Staub bis Feuer bis Wasser und so weiter. Kann man da alles finden auf der Seite. Dann, was haben wir noch? Ich habe da noch so ein paar Objekte eingebaut. Also unter anderem so ein paar Stifte, die hier rumfliegen. Ich habe immer darauf geachtet, dass die Lichtrichtung ungefähr stimmt und es dann teilweise auch noch ein bisschen, ja, die Lichtrichtung nochmal eingemalt oder versucht so zu verbessern. Hier habe ich noch so ein bisschen Bewegungsunschärfe dann nochmal reingebracht. Habe ich bei den Scherben teilweise auch gemacht. Einfach, dass die so ein bisschen, ja, verschwommen dargestellt werden und so ein bisschen mehr das Gefühl von Bewegung vermitteln. Ein Smartphone fliegt hier noch rum. Ich weiß gar nicht, ob das allen aufgefallen ist. Und ich hatte auch noch ein paar mehr Objekte hier drin, die am Ende gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Zum Beispiel ein Notebook hätte ich hier auch noch gehabt. Hätte man auch noch reinbauen können. Aber irgendwie war mir das dann am Ende zu viel. Deswegen ist das Notebook draußen geblieben. Oder eine Orchidee hatte ich auch noch. Die hier so ein bisschen sogar aus dem Topf heraus geflogen ist. Aber die hat es auch nicht ins Endbild geschafft. Hier haben wir noch ein paar Stifte. Da oben fliegt noch einer rum und hier. Und dann haben wir noch so eine Topfpflanze. Die zeige ich natürlich auch nochmal kurz. Da habe ich auch wieder auf die Lichtrichtung natürlich geachtet. Aber so ein Licht bekommt ihr auch einfach, wenn ihr zum Beispiel eine Topfpflanze am Fenster fotografiert. Und das dann eben so fotografiert, dass das Licht eben von der Seite kommt. Also Fensterlicht reicht da vollkommen aus. Das ist eine schöne weiche Lichtquelle. Man muss das gar nicht unbedingt alles blitzen. So, bei der Pflanze habe ich noch einen coolen Effekt eingesetzt. Ich blende einfach mal hier diesen Effekt Schatten nach innen aus. Ihr seht, die Pflanze hat schon die richtige Lichtposition. Aber durch diesen Effekt hier Schatten nach innen wird das Ganze nochmal richtig schön verstärkt. Und das ist ein schöner Trick mit den ebenen Effekten. Denn den ebenen Effekt Schatten nach innen, den kann man auch als Streiflicht einsetzen. Ich schiebe das hier mal so ein bisschen raus, damit man das besser sieht. Und dafür müsstet ihr einfach nur hier das Ganze von einer dunklen Farbe, die meist standardmäßig eingestellt ist, in eine helle Farbe verändern. Und eben einen Füllmodus nehmen, der eher für das Aufhellen da ist. Also farbig abwedeln, auffällen, negativ multiplizieren, linier abwählen, hellere Farbe. Diese ebenen Modi, die hellen alle auf. Und ich habe hier farbig abwedeln verwendet und dann so ein leichtes Gelb. Und dann könnt ihr hier einerseits über den Winkel und diese Regler einstellen, wie das Licht hier auf die Pflanze fallen soll. Oder ihr könnt auch im Bild klicken und diese Kante hier verschieben, wie ihr seht. Ich mache das jetzt mal hier rückgängig und gehe auf Abbrechen. Aber ihr seht, wenn ich das ausblende, habe ich viel weniger Effekt, als wenn ich noch diesen Schatten nach innen dazu schalte. Das ist immer eine schöne Sache. Habe ich hier oben übrigens auch für die Kiesel eingesetzt, die hier so ein bisschen rausfliegen. Das ist genau der gleiche Effekt. Wie ihr sehen könnt, so kann man auch so kleine Dinge mal eben sehr schnell und sehr schön beleuchten. Ja, die Pflanze habe ich natürlich noch von der Farbe auch ein bisschen angepasst. Genauso wie die Frau, damit die gut reinpasst. Hier sind noch ein paar mehr Kiesel, die aus der Pflanze herausfallen. Ja, da haben wir unten noch so einen kleinen Effekt. Hier, den sehe ich gerade. Caustics habe ich den genannt. Caustiken heißt das wahrscheinlich auf Deutsch. Das sind so Effekte, die reflektiertes Licht, das durch Glas scheint, möglicherweise erzeugt. Ich fand das ganz cool und ich habe mir vorgestellt, dass das Licht hier aus dem Raum die Scherben trifft und dann so ein bisschen auf den Boden reflektiert wird. Ist wahrscheinlich auch nicht 100% realistisch, aber ich fand es als Effekt ganz nett und habe da einfach so ein bisschen rum experimentiert und das Ganze am Ende drin gelassen. So, ich glaube, damit haben wir wahrscheinlich schon alle Sachen drin. Hier oben sind noch zwei kleine Ebenen. Einmal die Überstrahlung, also noch ein bisschen mehr Licht, was hier aus dem Raum kommt. Das ist einfach eine Ebene im Modus negativ multiplizieren. Ich habe hier immer eine Ebenenmaske herangesetzt, die eben das Licht hier wirklich auf die Tür oder auf den Bereich, der hier aus der Tür kommt, begrenzt. Und dann haben wir noch ein bisschen Rauch. Auch einfach eine Textur gewesen, um ja noch ein bisschen mehr Stimmung reinzubringen. Ja, und damit war das Bild eigentlich schon fertig. Jetzt fehlt nur noch als letztes der Look. Und da habe ich hier zuerst eine Ebene Farbfüllung oder Farbfläche, heißt sie hier oben auch, in den Einstellungsebenen eingesetzt, im Modus multiplizieren. Und ich habe es hier so gemacht, erkennt man hier an dem kleinen Symbol. Ich da mal doppelt draufklicke, da habe ich die ganzen Lichter wieder zurückgeholt. Ich kann euch das auch einmal schnell zeigen, das ist sonst ein bisschen schwierig zu verstehen. Also ich nehme eine Farbfläche, nehme hier irgendwie so ein Blau, dann gehe ich von Normal auf multiplizieren, gehe hier mit einem Doppelklick in den Ebenenstil-Dialog rein und hier unten diese Verläufe, die interessieren mich. Jetzt halte ich die Alt-Taste gedrückt und bewege hier diesen linken Regler einmal rüber. Wenn ich die Alt-Taste nicht gedrückt halte, dann passiert das hier. Dann kommen die Lichter wieder zurück, aber es wird alles so ausgefranst und es werden sehr unschöne Kanten. Deswegen immer die Alt-Taste gedrückt halten, dann trennen sich diese Regler auf und die ganzen hellen Bereiche kommen zurück. Das Ganze kann man hier oben auch nochmal machen. Und dann haben wir eine schöne blaue Färbung über dem Bild. Das Bild ist nicht so stark überfärbt. Alles wird nochmal so ein bisschen natürlich von der Farbe her näher zusammengebracht. Ja, jetzt kann ich auch hier über den Farbwähler das Ganze nochmal steuern. Also ich kann sagen, ich möchte, dass der Look hier heller wird, ich möchte, dass der dunkler wird. Oder ich möchte, dass er weniger gesättigt ist oder mehr gesättigt. Oder ich kann natürlich hier die Farben auch komplett ändern. So kann man dem Bild wirklich einen schönen Farblook geben. So, ich lösche das jetzt mal wieder und nehme hier wieder meine Original-Ebene. So sah das Ganze aus. Ich habe es also erstmal alles so ein bisschen bläulicher gefärbt. Und dann habe ich mit einer selektiven Farbkorrektur mir einerseits die Tiefen hier noch ein bisschen blauer gefärbt. Und aber auch hier vor allem die Orangestöne wieder so ein bisschen zurückgeholt. Also wenn ihr hier drauf achtet, hier sind die Orangestöne so ein bisschen verblasst. Jetzt kommen sie wieder viel besser raus. Und dann habe ich einfach mit einer Tonwerkkorrektur, die ich im Modus weiches Licht verrechnet habe, das Ganze nochmal vom Effekt her verstärkt. Also ich habe sowohl die Sättigung in allen Bereichen verstärkt, aber auch die Kontraste. Also das, was dunkel ist, ist noch dunkler geworden. Das, was heller ist, ist noch heller geworden. Und dann habe ich diesen schönen Look, bei dem wirklich hier um die Person herum alles blau ist. Und hier wir so einen schönen, warmen, orangenen Bereich haben. Also wir kriegen einen schönen Komplementärkontrast. Das Auge wird eben von den hellen Bereichen automatisch angezogen. Und dadurch haben wir jetzt so eine schöne Vignettierung hier natürlich auch drin, die dafür sorgt, dass wir eine schönere Bildgestaltung haben. Noch zum Thema Bildgestaltung. Der letzte Schritt. Ich habe das Bild gespiegelt. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass wir hier in Europa oder in der westlichen Welt, sage ich mal, eher von links nach rechts Dinge anschauen, weil wir eben von links nach rechts lesen und so weiter. Und daher hatte ich das Gefühl, dass diese Fallrichtung von links nach rechts eher, ja, dass sie mehr Sinn macht. Einfach für unser Auge und dass es deswegen für uns besser aussieht. Zumindest für mich sah es das und auch einige andere Leute, die ich gefragt habe, fanden auch, dass es in dieser Richtung besser aussieht. Daher habe ich das ganze Bild dann am Ende nochmal gespiegelt. Mache ich übrigens häufiger, einfach um mal zu gucken, wie das ganze gespiegelt aussieht. Meistens gefällt es mir nicht, aber hier war es eben der Fall. Nun hätte ich schon fast das Video beendet, denn mir ist noch eine Sache eingefallen, die nicht ganz unwichtig ist. Ich wollte euch noch zeigen, wie ich das Muster eingesetzt habe, das Billie Eilish gezeichnet hat. Und dafür blende ich noch einmal hier diese gespiegelte Ebene wieder aus und gehe einmal runter. Ganz unten habe ich nämlich die Ebene von dem Muster. Ja, vielleicht ist es euch aufgefallen, das Muster ist hier unten auf dem Teppich drauf. Also ich habe das hier einfach verrechnet im Modus Multiplizieren. Im Modus Normal sieht man, da sind noch einige weiße Stellen dazwischen. Und der Modus Multiplizieren blendet eben alle hellen Bereiche aus. Dann habe ich es noch ein bisschen weich gezeichnet und ein bisschen farblich angepasst, sodass es auf den Teppich passt. Also so könnte man das machen mit dem Muster. Ihr müsst es gar nicht als Hauptelement unbedingt verwenden. Es muss nur einfach irgendwo drin sein. So, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Wie gesagt, wenn ihr bei diesem Contest noch mitmachen möchtet, geht auf die Website und ladet euch hier die Sachen runter. Bis zum 26.04.2019. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Würde mich freuen. Dann sehen wir uns vielleicht in einem meiner nächsten Videos wieder. Ciao.